Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Eingelegt und Angezockt. Ich bin Thiago und das ist The Last Story Part 23. Ich habe immer noch keine neuen Batterien für meine Wiimote, aber ihr hört vielleicht, ich bin ausgestattet. Ich werde den Saft bis zum letzten Rest aufbrauchen. Macht daraus, was ihr wollt. Ähm, so. So. Äh, okay. Autsch. Ja, ich erinnere mich. Ich vergesse immer, wie ich dieses eine ... Ach, da ist es. So, Kraftschlag, Kraftschlag, mhm, Laub. So, und jetzt mal mit Karacho. Warum treffe ich nix? Hä? Was ist doch das denn gerade? So, jetzt müsste ich doch hier theoretisch unseren Freund da vorne angreifen, ne? Jetzt geht's wieder nicht, weil er seine Muchachos hier gerufen hat. Los. Yes. That's how it is. Und schwupp. Hä? Sind die jetzt nur gestunt oder besiegt? Kann ich den Magier wieder angreifen? Ich konnte, ne? Ja. Karki Kuchen. So, warte mal, von dort sind wir gekommen, oder? Ist immer noch hungrig. Sind aber ein paar Nerven on the edge. Schuss. Hm, ne, das spare ich mir. Stärktechnisch scheint das ja mit den Waffen ganz gut hinzuhauen. Zumindest wenn man weiß, wie war der Kampf ja gar nicht so schwer. Ja. Ein Speicherpunkt und eine Kiste. Ist eine schöne Kombination, es sollte viel mehr Kisten und Speicherpunkte geben. Ach, er trägt sogar leichte Rüstung plus 3. Sie auch? Okay. Ja, dann bringt's ja nichts. Speichern. So. Oh, es ist ein tot Ende. Das Ding ist aber größer als die anderen. Ist das erlaubt? Die Frage ist, bringt das was, wenn ich hier rumstürme? Starke Abwehr, ja, von mir aus. Laub. Oh, das hat was gebracht, interessant. Jetzt seh ich aber nichts mehr. Was? Muss ich ihn jetzt killen oder was? Ah, okay. What? So, warte mal. Erholen. Aber ich kann nicht auch irgendwie erst sehen, was das bringt. Und? Ach so, es steht ja alles unten. In seinem Heilkreis erhalten in der Nähe, springen, Angriff mit hoher Geschwindigkeit, wirbelt Magiekreise auf. Ich würde ja eigentlich gerne nur eins davon machen. Erhöht die Abwehr. Ja. Kann nicht schaden. So, und du bitte, Magie, Vollruf. Kann ich wegen diesem komischen Schleimchen nicht, äh... Ich würde ja die ganze Zeit da aufhören, so. Klatsch weg. War schon ein sehr, sehr nerviger Zeitgenosse, der Typ. So, warte mal. Stürmen wir den mal um. Was ist denn Todesurteil? Aha. Mach mal lieber starke Abwehr. Und du machst Laub auf unseren Freund da vorne. Ach so, klar. Dieses Stürmen verbraucht ja immer eins in der Leiste oben, ne? Genau, ja. War ich gerade für einen Moment weg? Das war nicht flott genug anscheinend. So, jetzt aber. Äh... Machen wir vielleicht doch Kraftschlag, Kraftschlag und Laub. Und noch ein bisschen aufwirbeln dazu jetzt hier. Jetzt können wir wieder nichts mehr machen, ne? Genau. Jetzt kommen hier wieder seine untoten Freunde. Hey, was war das denn für eine Aktion? So, keine übrig geblieben, ne? Kraftschlag, Kraftschlag und Laub. Jetzt wissen wir ja, wie der Hase hier langläuft, ne? Ja. Ja. Wir haben uns so weit, wir können nicht afforden zu verlieren. Wir haben jetzt hier. Der Geheimnis des Armeer zeigt die Antwort auf warum die Lande ist auch, das ist auch. Das ist warum wir hatten zu kommen. Ich will mich nicht mehr. Ich will mich nicht mehr über das. Wir haben noch nicht mehr über die Presence. Ich fühle mich die Presence nahe. Ich habe eine terrible Gefühl über das. Das ist. er muss sie entern okay ach shit ich war zu spät gegner können keine magie einsetzen na na jawoll weg ist er level up todesurteil mächtiger sprungangriff verursacht den status effect tot wobei der gegner nach einer bestimmten zeit stirbt aufwirbeln verursacht lange stille und hindert so den gegner für längere zeit im einsatz von magie sehr schön neues tutorial so dagran was ich jetzt mache ein puls etwas passiert Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Holy crap! Muske it up. 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 Oh, 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 oh. Muske it up. 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 Oh, 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 oh. Muske it up. Muske it up. Muske it up. Oh, 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 oh Oh! Tja, achso, und sie steht da so rum, die ihr da habt, ich möchte euch um etwas bitten, würdet ihr mir gestatten, einige Änderungen vorzunehmen? Äh, ja, aber warum? Jetzt hier bräuchte ich wieder Gnomensilber, hä, toll, nun, ah, was mir gerade noch einfällt, Tutorial, irgendwas neues hatte ich doch gerade noch, aber das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht, Steuerung und Kamera vorspulen und überspringen, nö, Kann auch irgendwie nicht sehen, was neu sein soll Oh nein, die Frisur So Ein Attentatsversuch, ein seltsamer grüner Helfer und eine Maid, die nichts besseres zu tun hat, als Kalistas Kleider aufzumotzen Gegen Geld Also scheint eine sehr schlecht bezahlte Dienerin zu sein Aber, was nun? Beim Lord Bericht erstatten? Guten Tag Ah, Zale, mein Junge, wie du mein Humble-Aberst? Ich bin immer noch nicht dran, Herr Ich bin immer noch nicht dran, Herr Ich bin immer noch nicht dran, Herr Es wird ein Zeit, bevor wir uns über den Gourack-Kontinenten Könnt, kann ich bitte etwas fragen? Du kannst. Herr, unsere heutige Kampagne, ist es wirklich notwendig? Hmm. Strictly zu sprechen, es ist nicht wichtig, um den Empfehlern zu retten. Aber als mercenarii, Sie gesehen haben sich die schwerste Situation des Empfehlern. Ja, Herr. Die Königreich ist Jahr nach Jahr. Das ist, warum das Empfehl ist in einem kontinuierlichen Staten der Zivilwahr. Die Königreich? Das ist richtig. Lazulus Island ist das Herz des Kommers in dem Empfehl. Glaub mir, ich weiß es. Die Lobel kämpfen über die Territory, um ihre Schmerzen zu vermitteln. Soon wird es uns alle konsumieren. Wir brauchen neue Land. Fertile Land. Also, es ist wirklich ein reiner Eroberungsfeldzug. Also, du möchtest colonisieren, Herr? Das ist richtig. Dann können wir die Krieg stoppen und die Menschen retten. Verstehen Sie mich? Ja, Herr. Ich habe hohe Hoffnungen für dich, mein Junge. Ich lasse mich nicht. Was ist das? Was ist das? Ach, das sind einfach nur die Lampen, oder was? Nicht hier durch? Nö. Tja, aber wohin nun? Und wo ist Norden zur Hölle? Ich habe ja nicht meine Karte. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Hier ist bestimmt Norden. Ich glaube, das Schloss war am Norden der Stadt, ne? Also wenn ich theoretisch in diese Richtung weitergehe, müsste ja... Kann ich hier vielleicht nach oben fahren? Ist das der Lookout-Point? Nö. Ist hier der Lookout-Point? Die Ladezeiten sind schon relativ lang irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob Superior so die richtige Bezeichnung ist, wenn alles hier von mir abhängt, aber okay. Überall hier Assassinen am Start, oder was? Warte, was? Oh, ich sehe gerade, wir sind ja schon über der Zeit. In diesem Sinne, würde ich sagen, machen wir an nächster Stelle hier weiter und suchen Lord Therious. Haut rein, Leute, man sieht sich im Forum. Ciao! Wie ist die Vorbereitung? Wie ist die Vorbereitung? Wie ist die Vorbereitung? Weil was ich hier in deralin samee academically? Und dann ist das von einem Mal. Wie ist die Vorbereitung? Ich sehe gerade mal hier, wie wir sind.